Joomann Leute hier ist er ja Mr. Kanzen und mein Name ist Raphael und ja willkommen zu einem kleinen Film- und Video es ist noch ein Special-Gast dabei der Dario San, hallo, ja moin und ja wir haben lange von dir nichts mehr gehört was ist los ja einige Probleme so und der Schule und private Probleme und dann konnte ich nicht zocken und jetzt, so also ich zocken meistens PS3 jetzt aber ich versuche es mich wieder hoch zu trainen die uns ganz schön wieder platt machen können wie früher ja also ihr habt jetzt eine Stimme gehört und ich weiß nie, der hat ihn vermisst Trader-Videos waren einfach nur geil und ja jetzt kommen wir zu der Information ihr wisst das jetzt bald mein hundertste Folge von Akt 4 rauskommt und ich will etwas machen am nächsten Samstag treffen uns um 15 Uhr Aktivieren in der Zitadelle einfach in der Mitte da treffen und wir werden da einfach ja ich sag uns dann einfach, wenn wir dort sind, zeige ich dann euch, was wir da machen also ich glaube wir machen dann einfach so, dass ihr mich immer hinterherläuft also ich würde natürlich aufnehmen, dann eine halbe Stunde lang will ich aufnehmen und ihr läuft da mir einfach hinterher und dann werden wir einfach alle ficken, alle zerfetzen einfach also es wäre echt geil, wenn ihr das einfach weiter sagen könnt, weil umso mehr Leute dabei sind, umso mehr Spaß wird das dann auch machen und ja, also nächsten Samstag um 15 Uhr ein Akt 4 in der Zitadelle einfach in der Mitte treffen und einfach weiter sagen und ja willst du noch was sagen, Lukas? Nö, nö, ich komme was nicht hoch und ja Leute, also viel Spaß beim Zocken lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten Mal Ciao!